Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Pixel Wauern in Amerika. Bei mir sind der Joker, die Peggy, der Torben, der Vanrado, der Creedum und der Marcel. Hallo. Hallo. Hä? Ähm, Pixel, das kennt nicht. Ähm, ich brauch, ja, ich hab die falschen Anhänger. Ich bin so ein Idiot. Du hast dich wirklich den Zettel genommen, oder? Doch. Ja, ich hätte es sehen können, natürlich an den großen Gittern, aber, ja. Hast du die Laserbrille wieder aufgehabt, Feinste? Äh, nee, ich hab gar keine Brille auf im Moment. Ja. Das könnte, ja. Also daran könnte es liegen. Musst du mal den Creedum tragen holen, ob du mal mit ihm Anhänger oder Maschine tauschen darfst. Hier vorne stehen auch noch genug rum. Creedum sitzt, Creedum sitzt in meinem Dreischer übrigens. Ich wollte gerade sagen, hier steht auch noch ein L60 hier vorne, den kannst du doch nehmen dafür. Ja. Ich switche gerade durch und gucke. Kannst du nicht die, die LKWs dafür nehmen, die nach Base stehen? Das haben wir gerade gesagt und hier steht ja einer. Ja, weil zum Abfahren haben wir genug, also daran ist es nicht mangel. Wo ist die Leute, die fehlen halt immer. Ja, ihr Creedmen haben wir wirklich genug, also. Sag mal, wenn in der Woche mal drei, vier Mandaten sind, da kann man wenigstens noch was machen, aber wenn man immer alleine auf dem Server ist, da schafft man nichts, ne? Fünf. Ach, so geht's, ja. Entweder bin ich alleine, Joker's online oder Stefan alleine, so. Was willst du machen? Geht nicht viel. Das ist richtig. Also wenn ich glaube, dann bin ich meistens nicht alleine. Wir haben uns eigentlich die ganze Woche eigentlich so gut wie verpasst. Ja, das ist Pech, ne? Ja, beziehungsweise wenn du bis zu Nacht und Piere spielst, ist das ja nicht mein Problem. So, weil wenn du schläfst, wenn du noch wach bist, dann schlafe ich da schon ziemlich besser, stehe ich schon wieder fast auf. Ja, aber Joachim ist das gerade im Arsch. Von Rado, wie viel bist du denn ungefähr? 66%. Okay. Heute ist ja bei mir, dass ich seit langem mal wieder richtig spiele. Wieso, was machst du sonst? Ja, sonst spielst du mal falsch. Ich lag seit letzte Woche, letzte Woche Freitag bis vorgestern, lag ich flach im Bett. Erkältung oder was? Nein, äh, ich wurde, bei mir sind die Weisheitszähne rausgekommen. Ach, hat sie erzählt, ja. Und die drei Backenzähne. Und da lag ich dann mit Schmerzen und Schmerzmitteln im Bett flach. Das ist nicht so toll. Ne. Will ich auch nie wieder. Ja, geht auch schlecht. Das Hütste für ihn war gestern oder vorgestern das Feenziehen. Und gestern war ja noch Feenziehen. Oh. Mhm. Oh Gott. Wurden danach noch mit Wasserstoffperoxid ausgespült. Bäh. Wixi, ich lasse den hier mal stehen hinterm Baum. Ey, was für eine lange Fresse, er gezogen hat, als er mir da mit der Stadt entgegen kam. Ja, kann ich mir vorstellen. Oh, hier liegt auch noch ein Stückchen Ast. Ja. Was? Warte, wie es kein Baum ist, geht das ja, ne? Hm. Ich glaube, das sieht ein bisschen blöd aus. Was? Was hast du gemacht? Nee, du hast mir jetzt Unordnung uns gleich hochgebracht. Ja, das sieht etwas besser. Nee, hab ich nicht. Räumst du nämlich wieder auf? Ja, ich fahr hier schön, manövriere ich mich sogar an den ganzen noch hier Frontlader und was hier noch steht vorbei. Jetzt greifst du hier bei Jogger noch was ab und dann kannst du, denke ich, mal fahren. Was gerade da getankt wird. Aha, siehst du? Ja, kann schon. Ich dachte, er ist schon voll, so wie es aussah. Nee, dann vorne rum. Naja, 3%. Ja, die kriegst du schnell runter. Ja, siehst du. Da ist auf die 3%. Das kriegst du sowieso im Lager. Ja, da fahr ich jetzt mal kurz bei dir drunter, siehst du. 98, 99. Und? Jetzt hast du voll. Jetzt hab ich voll. Jetzt sind wir fast durch hier, oder? Nur noch das kleine, die kleine Ecke hinten. Dann haben wir das aufwärtig. Ja, aber eine kleine Ecke unterschätzt die man nicht. Ah, da ist noch genug. Musst aufdrehen. Aufbahn, musst aufdrehen. Dort lang. Manro, da ist aber nicht die Straße. Klar. Stell dir, wo die Wiese abwürdig sind unsere. Hast du die Straße nicht gesehen? Also ich hab da nicht draußen gesehen. Weil ich so eine grüne mit so komischen Büscheln da drauf. Ach. Deckst dich aber immer wieder. Immer wieder. Machst du spannend. Du fährst da scheiße, du vergisst da ne Reihe. Ja, scheiße, die drei Rüben. Das gibt's auch so. Nein, nicht ausgehen, Monique. Nicht ausgehen. Mehr. Mark, wie voll bist du? Äh... 40%. Okay. Sag mal bei 80 Bescheid, dann komm ich nach hinten. Okay. Kannst auch warten. Jetzt hätte ich dir leben können. Ich bin hier entspannter für dich. Warum? Hier lass ich ihn auch einfach laufen. Da müsst ihr ja auch warten. Warum? Wir sagen, pass auf 80%. Kommst dran gefahren. Machst zu leeren. Stell's wieder hin. Aber wenn ihr beide bei 80% seid, dann ist der eine dann voll. In der Zeit, wo ich den anderen leere. Das ist dann... Ja, nicht mein Problem. Das ist dann dein Problem. Hier wird alles stramm durchorganisiert. Ja, ja. Wenn ich aber neben dir her fahr die ganze Zeit und hinter dir aber gleich sage 80%, dann gehe ich nach hinten, fahr da weiter, bis du sagst 80% und fahr wieder nach vorne. 71, 72, 73, 74, 75, 75, 76, 77. Alles das Führerhaus drauf, ey. Nee, nee, nee. Das fährt automatisch nach hinten rüber. Das nennt man Ausnutzung des Laderaumes. Ja, richtig. Ja, ja. Oh, 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 oh. Aber ich glaube, das gibt schönes Geräusch auf dem Dach, wenn die da drauf knallen, ey, die Rüben. Na, vor allen Dingen die Beulen. Ja, aufs Recht mit Duffens, das macht ein Klung. Ja, da liegen sie dann drin. Da nutzen sie dann den Stauraum vom Fahrer mit aus. Ja. Das ist... Und wer macht sauber? Also ich nicht. Na, der hat ja den Trecker Pferd, oder? Ja, ja, genau. Äh, was? Ich muss weg. Ja, ja. Die Trecker werden nachher sowieso dann alle Reine gemacht. Oh Gott. Das wurden... Geputzt werden muss auch noch. Was soll das denn? Äh, ich war ne Neuarbeit. Weil letztens hab ich mich bald ein Dreiviertelstunden hingestellt und hab alle Maschinen sauber gemacht. Da wartet man einfach, bis es regnet und es ist ja auch sauber. Ja, man regnet, das ist meine LS. Wären die dann wirklich sauber? Ja. Ich hab's rausgepitcht. Fertig. Also ich glaub nicht, dass die sauber werden, oder? Am Anfang war's so. Das haben die dann, glaub ich, rausgepitcht. So, ich stell mich jetzt hier hin. So, ich geh... Es dauert länger, so viel wie ich weiß. Also ich hab jetzt gleich 80, wenn du das wissen willst. Ja, ist okay. Ich geh dazu Pixel und stell den anderen hin. Anders hin. Was mir gut gefallen würde für den neuen LS, für den der im Oktober kommen soll, wäre ne richtige... Ja, wäre ein richtiges System für Jahreszeiten. Aber das wird wahrscheinlich kaum kommen. Ich glaub, das wäre schwer umsetzbar. Jetzt war es das schön, aber in welchem Maß? Ja. Wie lange ist so ein... Weißt du, wie lange läuft das? Also vier Tage Frühling, vier Tage Sommer, vier Tage Herbst, vier Tage Winter. Und was passiert mit den Früchten, die dann immer noch draufstehen, versteht ihr? Genau das ist ja das Problem. Es gibt ja Leute, die spielen alleine. Und dann hast du plötzlich noch Rüben im Winter stehen, wisst ihr? Die müssten ja dann eigentlich gefrieren, wisst ihr? Weil alleine schaffst du ja so eine Map gar nicht groß zu spielen. Ja. Sag mal, Rüben im Winter, das ist... Das geht. Das macht dir nix aus. So lange, wie die in der Erde sind, macht das dir nix aus. So lange, wie die an Wasser kommen. Ja, aber in den Rüben selber ist ja auch Wasser drin, also von daher. Ja, aber überleg mal, wenn die jetzt, die fangen, mit Rüben roten, fangen die Anfang, Mitte September an. Und dann roten die aber auch, wenn viel ist, bis Mitte Januar. Ja. Und da ist es dann schon gefroren, auf jeden Fall. Wenn du mal einen richtigen Winter hast, da roten die mal im Schnee. Da liegt mal halt, woher steht da vorne oder? So lange, wie die Rüben rein sehen, fahren, die werden ja Rüben roter. Ja, aber wenn der Boden gefroren ist, halten das die Maschinen danach aus? Ich weiß nicht. Das ist sogar für den Boden besser, wenn er gefroren ist. Ja, für den Boden. Aber was macht die Maschine? Voll drüber. Das kommt auf die Maschine an. Gibt den Bürgersteig, hier sind auch welche. Ja, ja. Muss einer mal komisch gepflügt haben. Mal in Wunder, was weggemacht wurde. Hinten auf Feld 5. habe ich auch hier noch auf der einen Ecke Rüben entdeckt. Ja, da war Stefan mal so gefahren und dann hat er natürlich auch noch so klug, wie er war, auch noch Rüben angesehen. Wer ist Stefan? Ja, wer ist das überhaupt? Ja, aber doch, bei dem großen Feld hier ist... Das ist aber gar nichts. Ja, ich sag mal, wie es ist, meine Lieben. Also ich habe ja den Stream von letzter Woche, ich hatte den eigentlich früher schon mal freigestellt, das hat aber irgendwie nicht funktioniert. Ich habe den, ich glaube, vorgestern, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, freigestellt. Und wenn ihr das sehen wollt, dann müsst ihr euch einfach diesen CSGO-Custom-Map-Stream anschauen. Relativ gegen Ende, da hat irgendwie der Joker und der liebe Tuff, sind sich irgendwie nicht so ganz grün gewesen. Kann das sein? Ja. Ja. Kann radet du das. Was war denn da passiert? Also, wie ich es vom Hörmilk gekriegt habe, wollte er Joker-Trollen, sozusagen. Naja, es war halt einfach so, wir haben ja ziemlich krass geführt, sag ich mal. Und dann haben wir gesagt, damit das noch ein bisschen länger anhält und wir vielleicht noch ein bisschen Spaß haben, lassen wir die erstmal ein bisschen rankommen. Und dann hat Stefan den anderen getötet, Team Kim, mit, weiß ich gar nicht, was das war. Ich glaube mit dem Taser. Mit dem Taser-Team-Kill, ja. Und er fand das wohl nicht so ganz gut und dann sind die beiden halt irgendwie aneinander geraten und er hat ihn dann, ja, vom Server, ich weiß gar nicht, ob er ihn gekickt hat, vom Server. Nee, ich hab ihn einfach nur mal aus einem Raum gesteckt, wo er alleine war. Weil er ist dann auch gekickt worden, also der Server hat ihn gekickt. Ja, genau. Was, der Server hat ihn gekickt? Ja, wegen Team-Attack. Das ist wie wenn du im Wettkampf, äh, 2 oder 3 Team-Kills machst, wirst du ja auch im Server gekickt kriegst, dann aber da eine Wettkampfstrafe. Aber von 30 Minuten meistens. Ja, kommt drauf an, wie du die Strafe schon hast. Ja. Wenn du deine erste Strafe hast, ist das 130 Minuten, aber wenn du jetzt der 5. oder 6. hast, dann hast du mal eine Woche Pause. Ruhe, ja. Ja. Ja, stimmt schon. Ich kenne da aber Leute, bei denen hält das 2-3 Spiele an, und dann haben sieben Tage. Ja, das ist schlimm. Ja, die kriegen dann aber, irgendwann kriegen die länger, ne, wenn das ein paar Mal hintereinander passiert. Ich hab's schon miterlebt, da hat einer wirklich ein ganzes Jahr bekommen. Also, das stand wirklich 365 Tage. Nice. Das ist dann irgendwo schon heftig. Ich glaube, das steigt auch nachher nur noch Exponential an. Genau. Und nicht so, ja, so ein bisschen mal sieben, acht Tage, sondern sieben Tage, vielleicht dann 14 Tage, 30 Tage, ein Jahr. Ja, sowas in dem Dreh, ja. Ja, das ist einfach alles so. Teamkill kann immer passieren. Das ist mir auch schon oft passiert. Oder Team Attack. Ja, also, mir ist es auch schon passiert, dass es in der Runde Teamkill, dann hatte ich aber noch zwei Teamkills offen gemacht. Ja, ist meistens so. Also, wenn du eigentlich nicht so auffällst, wegen Team Attack, Teamkill, hast du entweder, wenn du einen Teamkill machst, hast du noch einen offen, beziehungsweise zwei noch offen. Wenn du aber vorher Team Attack schon machst, dann zählt er das irgendwann schon runter. Aber das Lustige ist, wenn du jetzt, äh, schießen willst mit einem AWP und dir läuft, in dem Moment, wo du schießt, dein Team-Mate in den Schussbaden, kannst du ja gar nichts machen. Eben. Ne, das stimmt. Weißt du, wie oft ich das schon hatte? Ich hatte manchmal einen Strafen, also, in Gamestrafe gekriegt. Ja, warum hier laufen ist, genau, in Schuss rein. Ja, ich töte die dann einfach, das ist mir alles da egal. So, und dann, Voice-Chat geht's rund, ja, woher schießt denn, und kannst du überhaupt was, und so. Aber, meine Lieben, ob er wirklich was kann oder nicht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge, denn wir sind am Ende. Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like da, schaut bei den anderen vorbei, und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, tschüss. Tschüss. Tschüss.